jo leute und damit willkommen zurück zu spark challenge mit fast und mit sein dos ja schon wieder nether ja ich bin auch immer nether nach und es lädt beschissen bei mir mit optifine ja wieso ja aber so war die welt ein bisschen länger braucht zu laden ja auch bei mir auch jetzt hat er glaube ich 41 ich komme rauf und ich habe diese ja ich habe ich habe so viele user gerade durch den pack gesehen würde ich alle sitzen ja options muss noch mal kurz was einstellen bisschen weiter runter stellen die sichtweite aber ich muss diese sicht fällt erst mal wieder auf 100 mache ich ja auch 100 dein bruder wie dolly naja ob es besser jetzt ist keine ahnung wieso treffe das schien hallo okay wieso die sterben verarschen klick einfach ja klick einfach wieso treffe ich denn den scheiß place nicht ständig und nicht nah genug bist oder so doch steht direkt davor trotzdem habe ich nicht getroffen es gibt nach man gibt mir doch ein kack kopf herrgültig energie aufziehen ja kann ja sogar noch aufziehen weiß okay das geht ganz schön hoch dann erst bestellen maximale betrate wie hoch hast du eingestellt maximal war das bei mir ja ich habe ich habe die schluss weiter runtergestellt ich schaue die maur 60 wo ich treffe das vielleicht nicht ich bin ehrlich sagen ja und ob die feinde so schlechter geworden merke ich auch gerade so ein bisschen dann werde mal ach komm ich mache mal aufs muss dass du mich auf multichore machen dann packt das nämlich rum das muss ja ja das packt dann irgendwie so ein bisschen rum ich brauche nur noch ein ja das gast habe ich auch borscht genau ziehen dass ich ja jetzt kommt auch noch einer von vorne drei stück nein die hassen dich bringt ihn um bringt ihn um ouch ich bin gleich tot wow das ist ein bisschen schlechter geworden mit zu aber wenn uns move einstellt dann ist das ja du musst mal gucken vielleicht muss was anderes mit ausstellen nein da sind wir das glitte und das und gas cash jetzt ein die schnauze was das das ich war aber normalerweise sprach da bei mir nicht so rum kann auch an der version liegen und ob die fallen ok bei mir backt das mit der grafik etwas rum ja also wird optifine ist das jetzt gerade nicht ich bin ehrlich nicht so dolle komisch ja ja gut kann sein dass wir jetzt weil wir das jetzt einfach nur mal eben provisorische drauf gezogen haben ja kann auch sein beim taskmanager das zeigt ja bei mir an boi wieso habe ich denn so eine hohe dpu auslastung mein kopf ist gequetscht bei mir warum ich mache gut oder wie so leute und da sind wir auch wieder bei mir ist eben mein kopf abgeschmiert vielleicht hat auch kurz passiert dann ja ich bin ja das stimmt ja lad ich habe dir mehr gigabyte zugewiesen jetzt ja also verwende auch mehr aber ich glaube ich sollte mal ja verwenden tut er mehr da war mir nicht ein bisschen zu wenig zugewiesen eben nur ein gigabyte hallo das bringt das nix das ist bei minecraft aber normal ja bei dem standard minecraft deswegen habe ich gleich 16 zugewiesen ich glaube ich sollte die einstellung für optifine ein bisschen optimieren naja und ich sollte über feile vielleicht noch in der hölle mitnehmen vielleicht mal ein bisschen richtig einstellen dann die sichtweite kann ich ein bisschen runter schrauben jetzt sollte das auch flüssiger laufen durch irgendeinen knopfdruck konnte man ja machen dass das nochmal ordentlich lädt alles keine ahnung welcher das war weiß er nicht ja toll und damit habe ich eben meine aufnahme noch mal kurz verwendet warum weil ich die falsche taste gedrückt habe nein 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 aber ich habe wieder angemacht ganz schnell tue mal ich mache die laste nochmal warte mal default chunk loading ja du gas verpiss dich werden die aufnahme einfach mal oder vorher testen sollen zu fast auch du scheiß gast hau ab ich hätte mal lieber aus der hölle raus gehen soll eigentlich da rein zu rennen oh das ding hätte fast mich getroffen ja cool what the fuck diese gas die gehen wir grad voll auf den sack ne oh wizard ich hab bei wizard durch den kack gesehen ok also bei mir läuft das zumindest besser schon jetzt war mal smooth multi core wie läuft das denn jetzt bei mir jetzt sieht er zumindest schneller alles ey du bist wieder oben bist ja immer noch da ich hab so viel gas hier ey wie perfekt das ging denn nicht es war bug ah jetzt jetzt ist es tot oh war das nervig ehrlich meistens war das mit dem bug mit multi core dass der ähm wenn du auf ne treasure plate oder ne tür aufgemacht hast dass der dann die shank zur scheiße geladen hat dann war das problem heikast sterbkast getroffen hi wiser jetzt wieder das auch alles ordentlich cool besser hi wiser wisi wisi pisi dir sag mal ein kopf ein missgefühl ist geburt ich wollte nicht mehr gesagt ich wollte grad missgefühl sagen holle missgefühl ist guter name ne ja es kann nur von dir stammen ja ja waa klaus schon wieder ne oh diese drecksfiche ehrlich kassidy du sollst auch nicht auf normal spielen ehrlich aber normal aber wenn man auch normal zackt dann trocken hat man die chance dass schneller so köpfe trocken war das nicht so weil sie nicht bin der meinung das hing auf von den schwierigkeitsgrad ab keine ahnung keine ahnung das ist das problem wo kommt ihr denn ja meine freunde aus seinem kopf schon weil ich meinchen man liebst würde ich dich auch mal schlagen aber naja es war sein wie ich mich nicht du triffst mich nicht steht place place schon wieder ich brauche zwei stücker einen kopf ich habe sieben blässt und zuhause ich war davon auch ja wenn es heißt ender werden fahren auch eine das wird lustig oder wie auch schon paar vier stücke oder so aber bevor ich das dann macht sollte man doch lieber die kranken fahren ja auch eisen musste fahren man muss sich mal gucken ob ich nicht irgendwie irgendwo eier finden dass ich wie noch keine knut machen dann bildern nein ja und lustig also toll und ich hatte dieser kopf dabei nein ist doch scheiße habe ich die schnauze voll ich wollte mal ein paar feile und und kack ich finde es lustig jetzt ist ein gewisser kopf weg der rest ist mir kackegal selbst wenn diamant schwert ist mir kackegal okay ach man ich habe ja noch die aus 14 stück ins feuer gefallen ja ich dachte ich kann da hinspringen ja boah du sollst nicht so viel denken echt obwohl ich mache mal ein paar überlegen nicht denken ach komm schluch du personal mortgage ist und der ist das sehr langsam so mit zum passieren du bist du das ist alles mit zu über trinken ja werden def ребß Ich hätte vielleicht mal so einen Feuerschutz So einen Feuerresistent-Trunk machen können Wieso trifft das mich von da hinten? Oder du ziehst mich von da hinten? Weil Darum Mist wie Ja, ja Hab ich denn noch Holz? Bistin auch nicht alles mehr Du bist gar nix, du bist schlecht Hi, Gast Bam Hier war jetzt nur das wirkenslose Trank Natürlich, ich bin ja nicht geschafft So, ich bin zu ballern Blum, blum, blum Hi, Gast Hi, Gast, da oben Du bräuchte Nummer 11 Gast, Digga, Gast Ja, genau Ach, nö, sag nicht, du bist da runtergesprungen gerade, du Schatz-Skelett Schatz-Skelett Autsch Unter drei Minuten noch Ja Hm Muss hier weg Muss hier weg Erstmal was zu essen mitnehmen Bin ich ganz schnell tot, wenn ich nie aufpasst Ach ja Ach man, ich krieg's kotzen Grüßt du mal das kotzen Das war normal bei dir Hau runter da Nein, das macht mich traurig Erstmal was zuttern Ja, mi, mi, mi Aber echt, jetzt läuft das viel flüssiger bei mir Das macht mich traurig alles 16 Gigabyte Aber davon benutzt er trotzdem nur 5 Gigabyte Komisch Bei mir nutzt er 1 Gigabyte Voll aber aus Ja, aber nicht wirklich 5 Gigabyte Weil Da läuft ja noch Dick's Tori Ja, das ist Bei dem Windamp Das ist ja das Aua Aua Danke, Hunde Ist der Bauer Welches ist ein Bauer? Ich weiß nicht, wo die Spinnen Zu aggro wurden Wo ich die geschlagen hab Ich bin ich da hin Denn weg Und da ist ein Wither Skelett Ja, wieso nicht? Immer diese gleiche Scheiße Das ist geil Du rennst da irgendwo weg Und dann ist da mit einem Wither Skelett Ist da eh nichts Ist da nichts Neues Ja So was brauche ich erstmal Holz Hi Wither Skelett Da kommt bestimmt einer von hinten War klar Merci Die Spontomics mehr Oh man ey Ich werde noch verlinkt Ich werde noch diesen Wither Skelett Effekt Und keine Köpfe War nur Glück Beim letzten Mal Ja Wirklich nur Glück Nein Ich werde noch wigend Heute Ja ist klar Äh 20 Sekunden noch Oben wieder eins Noch eins Hi Braucht man da vier Sätze länger vorne bestimmt Ja Äh Und ich würde sagen Wieso Also bei mir ist jetzt 15 Minuten Bei mir sind es 30 Sekunden noch Oh mein Gott Ja Bei dir sind es noch 30 Sekunden Ja Aber wenn man die paar Sekunden länger macht Dann ist es egal Na Mi 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 Ja ja du mich auch Der feine Herr wieder Kannst du mich mal Muss ich drei Teile zusammenschneiden Echt Nicht nur du Aber na gut Leute Dann würden wir sagen Bis zum nächsten Mal Bei Spark Challenge Ciao ciao Tschüss